Ich erwarte Platz 2. Das stimmt. Da haben wir eine Serie hingelegt, die uns damals keiner zugetraut hat. Und Uwe hat sich pünktlich zum Hessenduell auch farblich eingekleidet. Die Rückrunde hat begonnen und wie. Zum ersten Mal seit 1999 gewinnt unsere Eintracht auf Schalke und steht in der Tabelle auf dem dritten Platz. Das wollen wir alles besprechen heute in der Krombacher Runde und wir wollen natürlich schon einen kleinen Ausblick auf das Hessenduell gegen Darmstadt werfen. Bei uns heute Sportdirektor Bruno Hübner. Hallo. Hallo. Unser Kulttrainer Steppi, grüß dich. Servus. Und der Zauberfuß, Uwe Bein. Danke, dass du da bist. Hallo. Ja, Bruno, tolle Leistung am Freitag auf Schalke. Man kann ja sagen, für dich eigentlich ein perfektes Wochenende. Freitag, Auswärtssieg, Samstag, Geburtstag gehabt. Alles Gute auch nochmal nachträglich von dieser Stelle. Und wir haben uns nicht lumpen lassen, auch ein kleines Geschenk für dich, selbst gebacken. Sehr gut. Wenn noch was übrig bleibt, kannst du es auch morgen mit dir in die Geschäftsstelle nehmen, kannst es verteilen. Oder wir teilen es sonst nachher, genau. So wie du willst. Wie, Geschäftsstelle, wie sind denn da jetzt? Der Kuchen wird bis morgen kaputt. Ja, wir teilen es, genau. Ja, sag was, wie ist die Stimmung bei euch? Ja, die Stimmung ist natürlich toll. Gerade jetzt im Auswärtsspiel, nachdem wir unglücklich in Leipzig verloren haben durch die Aktion von Lukas Radetzky, ja, ist alles natürlich im Moment positiv gestimmt, muss man sagen. Und die Mannschaft hat das auch in Schalke ganz gut gemacht und wurde wieder vom Trainer hervorragend eingestellt, sodass man jetzt sagen kann, wir haben die Rückrunde wirklich sehr gut begonnen. Das Tor, nach dem Freistoß-Trick, also nicht nur effektiv, sondern auch kreativ, ist das auch so ein bisschen eine Rechtfertigung für die vielen Geheimtrainings, die es mittlerweile unter Niko Kovac gibt? Manche Fans, die sind natürlich immer ein bisschen traurig, dass sie nicht jeden Tag ans Stadiongelände kommen können und ihre Stars hautnah erleben dürfen, aber der Erfolg gibt euch recht. Das ist definitiv so, deswegen auch die Geheimtraining und das ist keine Ausgrenzung jetzt von den Medien oder im Fernsehen, im Gegenteil, wir wollen natürlich liefern mit Ergebnissen und die Stimmung gut machen, aber wir tun einiges einstudieren. Der Uwe war ja mit gewesen in Abu Dhabi, wir haben das auch in dem Freundschaftsspiel gegen den chinesischen Klub ganz gut praktiziert und von daher ist der Überraschungsmoment schon da und wer die Bundesliga kennt, das sagen ja alle Sportdirektoren, Trainer, man kann gar nichts mehr verheimlichen vor andere Vereine und dann ist es schon wichtig, wenn du sowas einstudierst, dass das erstmal bei uns bleibt, wird es umso schwer genug, jetzt erstmal wieder zurückzufahren, weil viele es wissen, wir müssen uns was Neues einfallen lassen, aber das ist definitiv so und deswegen auch schon das ein oder andere Geheimtraining. In den 80er Jahren gab es eine Fernsehserie, Manni der Libero, die soll jetzt neu verfilmt werden unter einem anderen Titel, Makoto der Libero wird die heißen. Uwe, du so ein bisschen als Asien-Experte, würdest du mir zustimmen am Freitagabend, Hasebe, überragende Leistung? Ich denke, Hasebe spielt die ganze Saison eine überragende Leistung, weil jetzt das Leipzig-Spiel ausgeklammert, wo jeder so ein bisschen dann durch die Situation ein bisschen von der Rolle war, aber ansonsten, Hasebe denke ich, der Führungsspieler der Mannschaft, der genau weiß die Position, die er spielt, geht er nach hinten, hinter die Abwehr, geht er vor die Abwehr, er spielt das einfach perfekt und mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Das ist absolute Topklasse. Man merkt eigentlich gar nicht so wirklich, dass die Mannschaft personell sehr ausgedünnt ist. Elf Spieler haben am Freitag gefehlt. Steppi, ist das diese Saison so ein bisschen das Markenzeichen der Eintracht, dass immer wenn einer ausfällt, dass da ein anderer dafür in die Bresche springt? Ja, weil erst mal so die neun Leute, die wir ausgeliehen haben, die haben also jede gut eingeschlagen. Da sieht man nicht, dass einer von der Bank kommt, sondern als wäre es schon ein Stammspieler. Aber einer ist besser, wenn so viele Leute fehlen, da fühlen sich die Elf wohl. Es ist ja kein Druck von draußen, dass sie mal Platz verlieren müssen. Und dadurch spielen sie sicherer, wie früher. Früher waren sie nur 18, jetzt heute, jede Mannschaft hat 30 Leute. Und es ist ja schwer, von 30 Leuten immer die beste Hälfte auf die Nase zu bringen. Einer, der am Freitag Verantwortung übernehmen musste, war Heinz Lindner. Der hat sich nach dem Spiel wie ein kleines Kind im Schokoladenladen gefreut. Weil die Schalke haben den geschont. So kann man es auch bezeichnen, ja. Aber was Heinz Lindner dazu gesagt hat, das gucken wir uns jetzt mal an. Gibt es kein anderes Wort als überragend. Ich glaube, wir haben heute eine richtig gute Leistung geboten. Haben ein anderes Gesicht gezeigt wie in Leipzig. Natürlich auch zu Elft war es einfacher. Und ja, ich bin überaus glücklich, dass wir heute hier als Sieger vom Platz gehen. Schalke war schon auch spielbestimmend, glaube ich. Ich habe die Statistik noch nicht gesehen, aber so hat es sich für mich angefühlt. Nichtsdestotrotz haben wir sehr, sehr wenig Chancen zugelassen. Ich glaube, ich habe einen Kopfball halten müssen und das war es im ganzen Spiel. Und das zeigt, dass wir zu Elft, wenn wir kompakt gut hinten stehen, dass jeder Gegner schwer hat gegen uns Chancen zu kreieren. Und ja, ich glaube, Defensive war heute hervorragend bei uns. Und ja, die verdiente Null steht. Also danke an Luki, dass du mir einen Facebook-Gruß ausgerichtet hast. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Aber natürlich haben wir die Woche super viel gesprochen miteinander. Und er hat mir auch dann nach dem Abschlusstraining vor der Busabfahrt nochmal alles Gute gewünscht. Und ja, jeder weiß momentan schon, dass wir ein sehr gutes Verhältnis miteinander haben. Und ich weiß auch, dass er sich ehrlich für mich freut. Also da haben die Augen richtig geglänzt bei Heinz Lindner. Bruno, wie sieht die personelle Situation aus? Diese Woche kommen, glaube ich, wieder ein paar zurück. Die Sperren von Rebic und von Radetzki sind zu Ende. Und das war natürlich auch eine tolle Nachricht für alle Eintracht-Fans. Am Wochenende war Marc Stendera das erste Mal wieder so am Ball halbwegs. Er hat die Kickstiefel geschnürt. Rechnet ihr diese Saison nochmal mit ihm? Ja, ich denke schon, dass man mit Marc nochmal rechnet für die Rückrunde. Er macht gute Fortschritte. Natürlich ist es das eine, die Fitness, die Gesundheit wiederherstellen. Aber auch die Wettbewerbsfähigkeit. Da arbeiten wir noch dran. Aber er ist auf einem guten Weg, sodass das schon eine Alternative sein kann. Ansonsten muss man sagen, im Moment ist es halt Rebic und Lukas Radetzki, die uns wieder zur Verfügung stellen. Aber Husti macht gute Fortschritte. Marco Fabian ist besser geworden. Aber das sind schon noch ein paar Fragezeichen dahinter. Die neue Arbeitswoche hätte für jeden Eintracht-Fan nicht schöner beginnen können. Platz drei, auch durch die Ergebnisse der Konkurrenz so ein bisschen begünstigt. Steppi, was sagst du beim Blick auf die Tabelle? Ich erwarte Platz zwei, wenn das so läuft, wie es bis jetzt gelaufen ist. Dann denkt man schon, irgendwo an diese Zeiten, wo man immer wieder nicht nur zu Hause gespielt hat, sondern irgendwo in Frankreich, Portugal, oder, oder, oder. Und dann sind wie die früheren Zeiten, dass man neben dem Bundesliga auch die einen von denen europäische Wettbewerber drin sind. Ich glaube, die offizielle Sprache herrscht noch ein bisschen anders, ja. Das ist einfach so. Aufgrund der Situation von letzter Saison, wo wir die Ausgeglichenheiten auch im Kader nicht hatten und viele Verletzte hatten, die dann natürlich auch, wie Marc Stendera natürlich schon den gesundheitlichen Zustand hatte, aber die Wettbewerbsfähigkeit nicht hatten. Deswegen mussten wir auch innerhalb von unserem Trainer Armin Fee damals immer improvisieren. Hasebe nach hinten rechts geschoben. Also er war eigentlich immer in einer Improvisationssituation. Das haben wir dieses Jahr nicht. Und von daher haben wir immer gesagt, wir gehen jedes Spiel so an, wie wenn das letzte ist. Und wenn die Mannschaft so mit der Einstellung geht, dann ist natürlich auch was mehr drin. Und da arbeiten wir dran und die lassen sich auch mit Sicherheit den Erfolg dann, wenn er besser werden sollte, wie die 40 Punkte, wovon wir sicherlich ausgehen können, lassen sie sich eh nicht unternehmen. Letztes Jahr dürfen wir nicht vergessen. Ja. So meinst du? Ja, genau. Deswegen ist das auch immer im Hinterkopf die letzte Saison. Und wir wissen, wie schnell es geht. In Schalke sind wir, glaube ich, schon auf dem Zahnfleisch gegangen, was die Aufstellung anbelangt. Aber die Jungs haben es gut gemacht. Also ich wünsche mir, dass er jetzt gegen Darmstadt genauso gespielt wird wie letzte Saison diese drei Spiele, wo wir also da unmöglich gewonnen haben. Das stimmt. Da haben wir eine Serie hingelegt, die uns damals keiner zugetraut hat. Und da arbeiten wir dran. Ja, Steppi spricht es schon an. Und Uwe hat sich pünktlich zum Hessenduell auch farblich eingekleidet. Uwe, was sagst du? Darmstadt am Wochenende? Das hat jetzt mit der Pullover nichts mit Darmstadt zu tun. Oh, da fehlen die weißen Streifen. Aber gut, ich muss sagen, wenn man jetzt, das muss man mal zurückgreifen auf das Leipzig-Spiel, wenn man sieht, wie die Mannschaft auf das Spiel reagiert hat, wie man in Schalke aufgetreten ist, mit was für einer Sicherheit. Man hat praktisch nahtlos an die Vorrunde angeknüpft, was die Leistung angeht, jeder einzelne Spieler. Und ich denke, wichtig ist, dass jeder Spieler im Kader die Meinung oder das Gefühl hat, er gehört dazu, er wird gebraucht. Und so laufen die Jungs auch ein, die vielleicht ein bisschen weiter hinten sind und die nur sporadisch zum Einsatz kommen. Und das ist, denke ich mal, eine große Stärke der Mannschaft. Und der Grundstein für eine gute Rückrunde ist gelegt und ich sehe dem Ganzen sehr, sehr positiv entgegen. Wollen wir mal auf Sonntag gucken. 17.30 Uhr, Fluglicht geht an, Hessenduell. Da ist immer Emotionen, da ist Kratzen, Beißen, alles geben. Ja, in so einem Spiel gibt es ja nicht bessere und schlechtere. Oder Tabellenplatz 3 und Tabellenplatz 18. Sondern es gibt ja so ein Spiel, wo man alles geben muss, um zu gewinnen. Und mit Darmstadt haben wir nicht so gute Erfahrungen in den zwei Spielen davor. Aber letztes Jahr, dieses 2-1 hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, dass Darmstadt gerade 1-6 zu Hause vermöbelt wurde von Köln? Das muss man ja wirklich schon sagen, ja. Kann man so oder so sehen. Ich denke, Darmstadt steht mit dem Rücken zur Wand. Sie müssen irgendwann mal punkten und ich denke nicht, dass sie das am Wochenende machen. Aber für sie geht es eigentlich um alles in dem Spiel. Wenn sie bei uns verlieren, dann denke ich, wird wenig Hoffnung für sie bestehen, die Klasse zu halten. Ich habe nie gemocht, wenn eine Mannschaft gegen sie spielen muss, zu Hause 6-1 verloren hat. Weil die Taktik her, die wissen wir, das ist unsere letzte Chance. Und so wahrscheinlich werden sie hier, wenn wir gegen sie nicht gewinnen, sind wir weg. Und deshalb so aufpassen, Bruno, aufpassen. Ja, machen wir auch. Ich glaube auch, wir haben im Vorfeld, letzte Saison beim Heimspiel, die ganze Woche nur von dem Derby gesprochen. Also man soll einfach sagen, es steht ein Spiel an, das wir gewinnen wollen. Wir wollen es nicht auf ein Derby runter reduzieren. Und auch vor allen Dingen die Tabellensituation ist völlig egal. Wir hatten auch eine aussichtslose Lage vielleicht letzte Saison und haben die Kehrtwendung geschafft. Also wir müssen ganz konzentriert in das Spiel reingehen, nicht so viel über das Derby sprechen, nicht so viel über die 1-6 Niederlage. Sondern wir müssen den Gegner so annehmen, wie wenn der Tabellenführer kommt. Und das muss man machen. Und dann bin ich bei der Aussage vom Uwe, dass die Mannschaft wieder in die Spur findet und dementsprechend auftritt. Aber es herrscht jetzt schon ein anderer Druck als vor dem Schalke-Spiel. Da haben alle gesagt, oh, in Leipzig haben sie jetzt 0-3 verloren. Vielleicht geht es jetzt bergab. Und jetzt erwarten ja die meisten Fans eigentlich schon, dass ihr die Lilien hier auf dem Stadion schießt. Ja, aber das ist verkehrt. Genau der Ansatz ist verkehrt. Das wäre sicher vielleicht auch ein Abnutzungskampf. Also wichtig ist, dass wir wirklich so auftreten, wie wir das gewohnt sind aus den Heimspielen. Wir haben eine Serie zu verlieren, unabhängig jetzt von Darmstadt. Wir wollen die gute Situation, die Tabellensituation weiter ausbauen. Und das sollte im Fokus stehen. Und nicht das Derby und die Situation, vielleicht die aussichtslose Situation von Darmstadt und unsere gute Tabellensituation. Nein, wir gehen das Spiel so an, wie wenn es Tabellenplatz 3 wäre vom Gegner. Wir wollen gewinnen. Wir wollen die Heimbilanz weiter ausbauen. Und dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass Nico wieder akribisch die Woche arbeitet. Und das sollte die Mannschaft einstellen, dass wir auch die Einstellung zu dem Spiel finden. Das hoffen wir alle. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wollte noch mal was sagen. Wir sind ja in der Krombacher-Runde. Wir verbinden natürlich auch Krombacher immer mit einer guten Tabellensituation. Sie waren ja schon mal Sponsor. Da sind wir Sechster geworden. Da waren wir europäisch. Also das ist ein guter zu oben, ein guter Sponsor. Und das haben wir auch im Hinterkopf. Das hören die bestimmt gerne, ja. Und das hören bestimmt auch die Eintracht-Fans gerne. Also gibt es gewisse Parallelen. Die Geschenke von Krombacher kommen. Ja. Alles klar. Wie auch immer. Beim nächsten Mal. Gut, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Bitte schön. Gerne. Und vielen Dank an euch fürs Zuschauen und bis zur nächsten Ausgabe der Krombacher-Runde. Alles gut? Sehr gut. So, jetzt teilen wir den Kohn, oder? Ich bin auf Diät. Haha, das gibt's ja gar nicht. Mein bester Spielersitz nennt wir.